Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Runde Murder Mystery, gemeinsam mit Claudio und Kahn heute mal. Das ist, glaube ich, das erste Mal mit dir, Murder Mystery, Claudio. Ja, Daniel, und das war auch das letzte Mal, weil ich direkt erwischt geworden... Ach, Mann, ey. Von wem denn? Ja, von dem Sheriff halt, ne? Nee, von dem Imposter, von dem Imposter, sorry. Ja, aber wer ist das denn? Das verrate ich nicht. Äh, 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 ah, nein, verdammt! Du bist die ganze Zeit der Imposter, oder? Ja. Er ist so eine kleine... Egal. Weil, Daniel, du machst das Intro, ich stehe da so ganz chillig, ich sage so, ja, okay, wir machen das Intro noch ganz entspannt. Ich gucke, jemand kommt von der Seite, ja, und schon war ich weg. Hinterhältiger, du hinterhältiger. Ey, das hatte ich aber auch vor lange nicht mehr, dass ich sozusagen mal, äh, Mörder bin. Ja, ja, so vor lange, die ist das, ich glaube auch, du... Machst du jetzt Spawn Trapping, oder? Nee, das war gar nicht der Sheriff, lol. Ja, weil hier ist die Waffe, was soll ich denn machen? Wo ist sie denn, ich seh sie gar nicht. Da oben ist die Waffe. Von, äh, Danja, Danja war Sheriff. Der schlechteste Sheriff. Was sagst du, Danja? Ja, ja, ach, lass mich doch einfach... Man merkt, Danja ist, äh, ja... Begeistert? Ja, nicht, nicht so ganz. Wo ist der Dude denn? Tja, Kahn. Boah, jetzt finde ich den nicht überrascht. Ach, da. Ach, nö. Ba, 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 ich hab gewonnen! Und das in der ersten Runde mit Claudio zusammen. Und Claudio war mein erstes Opfer. Ha, 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 ha. Danja war der Sheriff. Also, eigentlich, Leute, war das eine perfekte Runde gerade. Das war dein Weihnachtsgeschenk, Kahn. Danja war Sheriff und ich hab sie erwischt. Also, besser geht's gar nicht. Ja, okay, Kahn. Wir haben's verstanden. Sorry, aber... Du bist ein schlechter Freund, wir haben's verstanden. Ist okay. Ach, Mann, wieso bin ich denn nichts? Ja, einer von euch ist Safe Murder. Ja, natürlich, wie eben auch, ne? Ehrlich, du hast ja Psychologie durchgespielt, Kahn. Ja, wirklich. Ich versteck mich jetzt. Mach das. Ich kenn doch diese Mettwoche. Boah, Alter, diese Musik geht mir richtig hart auf den Nerven. Kann man das irgendwie ausschalten? Wow. Ah, ja, kann man, doch, kann man. Ich war der Sheriff, mich hat der Imposter erwischt. Wer ist es? Ja, ich kann dir nicht genau sagen, so ein kleiner Junge. Aber, ah, jemand hat die Waffe eingesammelt, glaub ich. Sehr gut. Genau, er bleibt bei ihm, bleibt bei ihm, er hat, er hat, er hat, äh, das Item eingesammelt, der mit dem Gelben. Also, scheint zu... Ah, da ist er, das ist der, ah, da ist der Imposter, guck mal, Imposter und Sheriff liefern sich ein Duell. Das sieht cool aus, gerade. Vorsicht, dann ja, bleib bei ihm. Äh, äh. Sehr gut, komm, 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 Sheriff, tu's. Ah, die arbeiten echt zusammen, wisst ihr was, die, äh, die Ente sabotiert ihn. Ähm. Die, oh, die Ente geht, oh, Mann, das ist so gemein. Hört auf damit! Ja, er hat gewonnen! Oh, Sheriff. 10 von 10 für den Sheriff. Alter, kann ich jetzt auch mal bitte irgendwas sein? Dieses Spiel macht mich echt fettig. Äh, hi, Dania. Bleib mal hier, Dania. Warte mal, vier Sekunden noch. Ja, mach ich. Karl, ich vertraue Dania nicht, ich vertraue ihr wirklich nicht. Warum? Ja, so gelassen, wie die da standen. Oh, oh. 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 Das ging schnell. Ja, das war aber schnell. Das ging jetzt richtig schnell. Ja, wir haben hier vorne ein bisschen rumgetänzelt. Hey, ich war auch grad da oben, da hab ich gesagt, ich bin der König. Und du sagst, du auch da hoch. Kann, will auch der König sein. Ich bin der König. Das gibt mein... Ja, weiß ich nicht. Doch, ich wurde gewählt. Könige werden noch nicht gewählt. Ja, in meinem Fall schon. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe es nicht. Was ist denn mit diesem Spiel hier los? Ist 10% bei mir und dann werde ich es einfach nicht hoch. Die Tür geht zu. Ja, Dania, kannst du uns weiter sagen? Gib uns bitte weitere Botschaften. Meine Botschaft ist... Ja, aber wo? Wo findet das Ganze statt? Komm nicht nach draußen, ist meine Botschaft. Okay. Ja gut, aber wenn der Sheriff da ist, dann müssen wir ja nach draußen. Obwohl, ich glaube, jetzt kannst du noch draußen gehen. Ah, ne, ich bin nicht wie eine kleine, hab nämlich die verstecken. Tschüss, Dania. Tschüss, Claudio. Du bleibst jetzt angefangen. Was? Ich hab dich jetzt eingesperrt. Das ist ja frech, Claudio. Frechestens. Ja, oder? Hä? Und wo ist jetzt der Imposter? Kahn, Claudio ist draußen. Oh! Eiskalt. Oh, der hat mich ja voll erwischt. Kahn war es. Da hat dich jemand. Ja, ich war es und ich hab einfach keine Person erwischt. Also war mal wirklich eine ganz schlechte Runde. Ja, aber wir sind auch auf dem Pro-Server, weil die sind alle richtig gut. Das zeigt halt auch, wie gut du jetzt hier als Imposter ausgewichen bist, Kahn. Ja. War halt schon eher mittel. Ja, find ich auch. Dania, sei du mal ganz ruhig, okay? Ne, bin ich nicht. Nur weil ich schlecht bin, heißt das ja nicht, dass ich dich nicht fertig machen kann. Ja. Oh doch, genau, das heißt es. Ne, heißt es nicht. Also ich muss dir recht geben, Kahn. Du warst schon richtig schlecht, Kahn. Ja, ist okay, wir wollen euch jetzt sehen. Ja, das Problem ist, ich bin die ganze Zeit unschuldig. Ich wollte es gerade sagen, ich würde mich auch gerne mal in der Rolle sehen, du. Kannst aber wissen, dass ich das gerne mal sehen würde. Oh, ich höre schon was. Ach stimmt, Ton. Ich lass mal den Ton aus. Oh, da ist er. Dania, was machst du denn? Ich hab getan. Der ist doch schneller als wir, lol. Ja, man kann auch Kräfte aktivieren, was Dania nicht geschafft hat. Ja, guck mal, wer mich einholt. Das ist ja richtig unfair. Wo ist denn der Sheriff? Guck mal, ich kämpf you ums Überleben. Guck mal, wie gut ich... Oh, er hat mich erwischt. Ich fühl mich gerade wie Dania, Kahn, weißt du das? Wow. Ich trinke... Ich kann dir das vorstellen. Ne, ich trinke genüsslich einen Tee. Ja, das klang wie eine Beleidigung. Nein, ich hab doch nur gesagt, dass ich einen Tee trinke. Ja, bevor du das gesagt hast, klangst wie eine Beleidigung. Weil das auch passiert ist, kurz nachdem du erwischt wurdest. Ach so, nein. Guck mal, Kahn sammelt vielleicht die Münzen. Hält. Oh, sehr gut. Oh, ich bin Sheriff. Oh, Kahn. Wahrscheinlich ist jemand von euch jetzt Mörder. Nein, ich wünschte es. Ah, sie ist hier. Wo? Bei mir. Ja, das heißt... Wo bist du denn? Im Gebäude? Äh, sie war jetzt gerade bei mir. Ja, Kahn, wenn du vielleicht mal sagen könntest, wo du bist. Ja, auch mit diesem Rainbow-Skin wieder. Im Gebäude? Wo du bist? Sag mal, lass uns. Jetzt bin ich draußen. Was? Sie war drin. Ach so. Ach so, jetzt gehen wir doch die Schuld, Kahn, dass du nicht sagst, wo du bist. Ja, wirklich. Ich bin doch draußen. Ich habe doch gerade gesagt, was wollt ihr denn? Ja. Alter Dude. Macht hier ein bisschen Breakdance. Aber das will ich auch machen. Das finde ich cool. Oh, ey. Was hat der für E-Motes, Mann? Kannst du doch auch. Voll gut. Ich habe nur so schlechte E-Motes, so wie das hier. Ratschellig. Ich sah mir die ganz entspannt. Ah. Münzen, nein. Danja. Was, Danja? Was kann ich denn jetzt dafür? Warst du Sheriff oder warst du Sheriff? Ja, aber du musst mir doch sagen, dass sie da ist. Ja, ich habe sie nicht gesehen. Ich wusste ja nicht mal, wer es ist. Ich komme euch zu Hilfe. Guck mal, sie ist auch grün geworden. Kahn, wo wurdest du erwischt? Nein, du bist doch gar nicht erwischt worden. Kahn, beschützt mich. Ich sammle die Münzen ein. Der beschützt dich gar nicht. Kahn, beschützt mich. Hier ist sie. Guck mal. Ja. Sag ich doch, der beschützt dich nicht. Hast du mich erwischt, Kahn? Wenn er dich da drauf verlässt, dass Kahn dich beschützt hier in dem Game. Warte, warte. Dann bist du aber sowas von verlassen. Habe ich das richtig gesehen? Hat Kahn gerade mich erwischt? Nein. Nein, dann wäre ich tot. Achso. Komm, Kahn, du schaffst das. Oh! Boah, ist das ein spannendes Duell gerade, Danja. Das müsstest du sehen. Äh, außerdem findet das... Ja, ich sehe es gerade. Ah, okay. Das findet alles draußen statt. Aber es wurde schon erwischt, Danja? Ja. Ja. Na, schade. Ich stand direkt neben dem Sheriff Kahn und wurde erwischt. Kahn, hol uns unsere Ehre zurück. Neben dem heldenhaften Obersheriff Kahn. Kahn, hol uns unsere Ehre zurück. Ja, das kannst du vergessen. Oder hol dir deine Ehre zurück. So wie du mich und Danja erwischen lassen hast, hast du was gut zu machen. Ja, aber die Person kommt auch nicht raus. Ach, jetzt sammelt der schönen Münster. Ich bin hier ganz bestimmt nicht rein. Weißt du, was kann? Ich sag dir, wo die Person ist. Nö, alles gut. Ich war draußen, dann gewinnen wir doch. Ja, du schmeißt jetzt halt einfach alle anderen, die noch drin sind, äh, hier. Ja, gut, aber... Hey, wir gewinnen doch. Kahn, die Person ist draußen, pass auf. Oh. Alter, das war jetzt echt knapp. Ich hab das Messer durch die Fliegen sehen. Hä, warum wirft sie auch so gut? Hey, ich kann sie doch. Am Handy. Am Handy? Kann sein, ja. Ist man am Ende besser, oder wie? Ja, das ist dann so... Also wir nicht, aber... Das Ziel ist es nicht einfach. Dann ist das so fixiert. Wir haben gewonnen. Sehr gut, Kahn. Also dann hast du so Ziel, äh, Verfolgung, sag ich jetzt mal. Ja, krass. So, wir haben gewonnen. Finally. Schön gemacht, Kahn. Oh, hei, hei, hei. Also ich muss wirklich sagen, das ist schon echt stressig. Vor allem, weil ich werde einfach nichts. Ich war einmal Sheriff und bin direkt weg gewesen vom Fenster. Oh, Alter, 22 Prozent und das klappt trotzdem nicht. Das, ich hab... Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Ey, wir sind das einfach nie. Oh! Claudio ist es! Claudio ist es? Oh, er mich abgeworfen. Und ich hab mich an Kahn gerecht, diesen Verräter. Ja, okay. Er hat mich, er hat mich. Da kommt Claudio, der Hund. Wuff, wuff. Wo bist du her, wo bist du hin? Äh, sie ist oben. Ja, ich kann's mir schon denken. Lass mich bloß in Ruhe! Leave me alone! Leave me alone. Bleib stehen! Ich glaube, die Messer sind schon geflogen hier. Ah! Hey! Alter! Die rennt an Kahn vorbei. Ich spamm hier gerade so nebenbei. Lass mich gar nicht. Lass mich. Jetzt bist du hier gefangen, Tanja. Komm her! Nein! Jawoll! Verdammt. Oh Mann! Echt so eine Dude, ne? Was ist mit dem? Claudio, du hast den auch gesehen, ne? Ja! Ich seh ihn auch gerade! Der hat den Riesenkopf. Was? Ja! Jawollo! Die frägt, aber woher wusste er welch? Ja, voll! Komm, wir haben provoziert. Ich hab mal Spaß gemacht. Das hat Delivert. Ich werd's noch einmal probieren. Okay. Und ich hab einfach, dass ich mal irgendeine Rolle bekomme. Falls nicht, dann war's das jetzt. Boah, aber mir ist Spaß gemacht. Jetzt gegen Ende muss ich noch sagen, als Imposter ist man ja... Also ich sag so, dieser eine Avatar fällt auf jeden Fall auf. Ja, ein bisschen, ne? Und dann erwischt er mich. Aber wer hat... Also ich frage mich halt, woher wusste er, dass ich es bin? Ja, der wird dich wahrscheinlich irgendwo gesehen haben, hä? Oder... Ah, ich spielte ja mit Souls. Das wird's sein, ey. Ihr habt's wahrscheinlich gehört haben. So, Danja. Ich würd jetzt mal auf Verdacht, falls jemand von uns Sheriff ist, Claudio, einfach auf Verdacht auf Danja schießen. Okay. Okay, das hört zu über. Weil sie wird safe sein. Glaubst du? Nein, ich bin's nicht. Danja, kannst du's mal einmal sein? Ich würd's, wär's echt gerne, aber ich bin's nicht. Ist denn von euch einer Sheriff? Nee. Ja, ich... Du bist Sheriff? Ja, wo bist du? Ja, hier. Na dann, Khan. Erledige mich bitte. Do it. Warum? Kommst du? Do it. Wo bist du, Khan? Der kommt aber runter. Ja, do it. Hä? Hier liegt jemand schon bei mir. Khan ist gar nix. Ah. Ah! Ich hab dann den Sound an. Ja, du warst doch kein Sheriff. Ah, sehr gut. Ist denn hier irgendwer mal ein Sheriff auch oder nicht? Ja, Claudio. Der schlechteste Sheriff in der Stadt. Ja, Claudio. Der läuft hier einfach rum und weiß gar nichts. Hilfe. Na, wann bin ich dann nicht mehr die schlechteste Sheriff in der Stadt? Hier. Nein! Ich bin rausgezappt! Ja, super. Oh, Claudio. Egal, egal, ich könnte es machen. Und sie kämmt jetzt da. Egal, egal, ich könnte es schaffen. Ich bin rausgetappt einfach. Ey, so schlecht. Oh, okay. Einer hat sich das geholt jetzt. Okay, na gut. Ey, dieser war auch viel schneller als wir. Komm, tu es. Ja, moin. Die arbeiten wieder zusammen. Wie frech. Oh, Alter. Ja, deshalb hat sie sie auch da durchlaufen lassen. Oh, Mann. Warum arbeiten denn immer alle zusammen? Das kann nicht sein. Hört mal auf, wie so rumzuteamen. Ehrlich, so macht das doch keinen Spaß, Leute. Guck mal, guck mal, wie frech. Die sammeln Münzen ein und oh, das ist ja richtig dreist. Hinterlistig, sage ich euch, Leute. Hinterlistig. Das war heute das erste Mal Murder Mystery mit Claudio und ich kriege heute einen Mitmachpreis. Khan kriegt heute einen Versagenspreis und Claudio, ach, keine Ahnung. Ciao, Kakao. Ciao. 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 Ciao.